Hallo und herzlich willkommen zur LP-Ankündigung. Ja, ich werde euch jetzt mal sagen, welche Let's Plays gerade am Laufen sind und welche Let's Plays in absehbarer Zeit kommen werden. Einmal ist von mir jetzt das Terraria-Let's Play am Laufen und das Minecraft-Let's Play gerade erst früh angefangen. Und bald werden, ich weiß noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall wird es kommen in nächster Zeit, dass Minecraft-Let's Play together. Die erste Season ist ja fehlgeschlagen, also eben die zweite Season. Und ja, da werden wir zu viert wahrscheinlich spielen. Also ich, Technik-Tobi, der Minewalker, der Wakeman und der Pimlin-Volida. Da werden wir wahrscheinlich dann together machen zu viert. Und ja, und dann werde ich noch in absehbarer Zeit ein Minecraft-Let's Play bringen. Ein anderes, nämlich ein Minecraft-Tacket-Let's Play. Tacket ist ein Mod-Pack von Minecraft, in dem viele Mods enthalten sind, wo man hindurch reelle Sachen machen kann. Ja, das ist also sehr interessant. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Let's Plays. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt. Ja, freut euch und habt noch Spaß, die anderen Let's Play zu schauen. Tschüss.